Hallo, Hühnerfleisch nach diesem Rezept ist sehr zart. Ich beginne damit die Flügel zu marinieren. Ich schneide Kartoffeln und lege sie auf ein Backblech. Vergessen Sie nicht zu salzen. Den Saft abtropfen lassen und Gewürze und Butter hinzufügen. Ich drehe das Huhn um und backe im Ofen bis es fertig ist. Guten Appetit! Ich freue mich sehr, dass Sie meine Videos anschauen. Ihre Kommentare und Likes würden mich sehr freuen. Abonnieren meinen YouTube-Kanal. Zendtetze Ciao! P compse Zendtate 1960 Karfare sch autop Okay Betrug Dresel